Und damit willkommen zurück zu Komata & Conquer 3 One Vision im Live-Let's Play. Auf zur nächsten Mission. Legion, es wird Zeit zu erwachen. Der Prophet rüstet sich für die Erlösung. Das Tiberium bedeckt fast den ganzen Planeten und breitet sich mit rasanter Geschwindigkeit weiter aus. Cain's Vision wird dann endlich Wirklichkeit. Endlich, Schwester? Du wirst doch nicht etwa die Geduld verlieren. Ich meinte es nicht respektlos, Eure Eminenz. Tut mir leid. Entschuldige dich nicht, Alexa. Unser Kampf dauert schon zu lange. Auch ich bin ungeduldig. Willkommen, mein Kind. Es ist gut, dass du wieder unter uns weilst. Du wirst feststellen, dass Ebtissin Alexa sehr leidenschaftlich ist, in ihrem Glauben. Und sie steht treu hinter unserer Sache. Während du schliefst, haben wir ganz grandiose Fortschritte gemacht. Wir sind stark und wir sind vereint. Ebtissin, hast du Legion von der Philadelphia erzählt? Das wollte ich gerade, Eure Eminenz. Sie ist das Herz der GDI-Ionenabwehr und ihre Zerstörung ist erforderlich, um den Tacitus wiederzuerlangen. Ich brauche den Tacitus, mein Kind. Er ist das Fundament unserer Zukunft, der Schlüssel für die Erlösung, denn seine Macht und Weisheit übersteigen alles, wovon der Mensch je zu träumen wagte. Höre auf meine Schwester Alexa. Sie wird dich auf deinem Weg führen. Eine Vision, ein Ziel. Eine Vision. One Vision, ja. Während sie schliefen, ist Nod gewachsen und hat sich der neu eingerichteten gelben Zone bemächtigt, ohne sich unseren Feinden zu offenbaren. Gleichzeitig ist die GDI angesichts ihrer Abhängigkeit von ihrem Netzwerk aus Ionenkonomen wesentlich schwächer als der GDI-Rat ahnt. Es wird Zeit zu handeln. Wir müssen das Forschungszentrum der GDI in Johannesburg stürmen, die Pläne des Ionenkanonen-Netzwerks bergen und es abschalten. Noch nicht die Mission. Legion, unsere Waffen entsprechen noch nicht den Wünschen des Propheten. Sammle deine Truppen, infiltriere das südafrikanische Forschungszentrum der GDI und bring es für uns unter Kontrolle. Aber bitte sei vorsichtig. Gegen die Ionenkanone der GDI sind wir machtlos. Noch. Solltest du aber entdeckt werden, dürfte alles umsonst gewesen sein. Einwürfeier lautlos. In Bereitschaft. Diese Kommandozentrale ist die Hauptverbindung des Archivs zum weltweiten Ionenkanonen-Netzwerk. Zerstören Sie sie. Jo. Legion, wir haben das weltweite Ionenkanonen-Netzwerk der GDI vorübergehend gestört. Zerstören Sie den Ionenkanonen-Ablink des Archivs, bevor dieser neu ausgerichtet wird. Okay. Dann speichern wir mal kurz vorher. Wenn wir den ganzen Interesse gedöhnt nicht haben. Geheimdienstdaten aktualisieren. Das ist unser Weg. Wie kommt das hier alles bekannt? Das wäre ich hier schon mal gewesen. Nein, nein, das warst du noch nicht. Von oben mag ich sein. Dann landet mal hier. Wir haben unser Ziel. Ich warte. Okay. Und dann lassen wir den Spaß mit denen da. Und das ist jetzt die normale GDI. Wo man es erkennt, das ist ein normaler Sammler. Okay. Okay. Wir machen einen Abzug für den Schauen dran. Das sind Sniper. Oh. Das ist halt. Es darf nicht existieren. Entschuldigt die Sauerei. Okay. Ich verstehe. Ich explodiere. Wirke vor. Machst kein Waderbumm. Ist okay. Stich. Wirke vor. Positiv. Mach Waderbumm. Danke. Die Schwingen von Mard. Wird erledigt. Ich warte. Hier ist meine Kräfte. So, hier kommt man mit. Weißliche Einheiten in Sicht. Verdammt. Wachtürme. Das Kraftwerk des Wachtturms ist ganz in der Nähe. Finden und zerstören Sie es. In Bereitschaft. Heilung. Und da oben ist. Reiner. Die Schwingen von Mard. Gelutin bereit. Veteran. Okay. Ihr Mut gefällt mir. Mit freundlichen Grüßen. Einheit wird angegriffen. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Jetzt wird gespielt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man sich am Anfang lassen kann. Einfach nur das kaputt. Feindliche Einheiten in Sicht. Die Immunenkanone-Netzwerk offline. Schlachtfeld erweitert. Persönliche Zustellung. Einheit wird angegriffen. Okay. Kinder. Die Nachricht. Legion. Erobern Sie die Forschungszentren der GDI und holen Sie zurück, was uns gehört. Jupp. Ich verstehe. Wir sind die zu... Rechner. Geh in Position. Es geht los. Neues Urlustziehen. Komm mal mit nach vor oben. Rechner bereit. Mit mir ist zu rechnen. Bau abgeschlossen. Geh in Position. Einheit wird angegriffen. Rechner bereit. Letzter halten. Mit mir ist zu rechnen. Dort. Die Schwingen von Martin. Leise. Geh zacken. Ohne jede Spur. Neue Bauoptionen. Bauhaus. Wo bist du? Da bist du. Rück hervor. Bau abgeschlossen. Arsch. Deck auf. Bin allzeit bereit. Mit explosiven Grüßen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Okay. Positiv. Muss man hier zerstören. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Baut. Persönliche Zustellung. Damit. Positiv. Einheit wird angegriffen. Wörge vor. Jetzt hier unten lang. Schauen wir mal rein. Ich verstehe. Okay. Ja, ja. Macht ruhig. Bau abgeschlossen. Ich verstehe. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Nochmal speichern. Baut. Weil die beiden Sachen zu zerstören wäre ultra gut. Bau abgeschlossen. Baut. Sammler wird angegriffen. Ich verstehe. Mit explosiven Grüßen. Brücke vor. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Okay. Bau abgeschlossen. Komm, 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 komm. Einheit wird angegriffen. Ich verstehe. Perfekt. Okay. Positiv. Okay. Dann weg mit dir. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Positiv. Wir haben noch einen Schützpunkt. Wir haben noch einen Schützpunkt. Wöcke vor. Dann guck mal dahin. Zerstör mal die beiden Sachen. Der Laden ist ja besser gesichert als Killjens. Nein, halt. Ich hab nichts gehört. Bau abgeschlossen. Feindliche Beifizungssicht. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Bau aus. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Reparatur läuft. Ungeeigneter Bauplatz. Bau aus. Natürlich bin ich bereit. Bereits am Abheben. Unser Schützpunkt wird angegriffen. Komm, du schaffst den. Mich hat verwischt. Ausbildung. Und das schafft er auch mit der Zeit. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Entschuldigt die Sauerei. Wird gebaut. Unser Schützpunkt wird... Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wo du dich darauf konzentrierst. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Einheit wird angegriffen. Ah. Irgendwas gesehen? Die klingt... Oh, interessant. Die klingt das Laser. Bau abgeschlossen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Das war bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoption. Ausbildung. Dafür wurden wir ausgebildet. Verstanden. Die Bruderschaft. Wir haben sie auf dem Radar. Unser Schützpunkt wird angegriffen. Die Bruderschaft vertraut. Die Bruderschaft vertraut. Und sich müsste es nicht mehr viel geben. Wachen muss. Ich verstehe. Einheitliche Förder. Feindliche Einheiten in Sicht. Es wird höchstens auch die Infanterieeinheiten, die hier immer wieder ankommen. Ich gehe rein. Ich gehe rein da und dann... Die Bruderschaft vertraut. Viel Spaß. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Weis ist in Sicht. Ich kann Ihnen helfen. Komm euch holen. Ja. Carryall einsatzbereit. Bin unterwegs. Einer dahin. Einer dahin. Einer dahin. Verrraut. Okay. Ein. Ein. Fuck. Arschloch. Ah. Ach der eine Mann. Scheiße. Drei Sammler haben wir aber auch dort. Ah. Arbeiten wir zusammen. Ach die nehmen sie zurück ein. So so. Das wusste ich jetzt nicht. Neuer Kurs. Alles klar. So und so. Feindliche Einheiten in Sicht. Sie ist arm. Feindliche Basis in Sicht. Einheit wird angegriffen. Kann ich irgendwie helfen? Ich kann helfen. Einheit verloben. Ach legt mich doch im Arsch. Ausbildung. Gebäude besetzt. Ziel wählen. Die Bruderschaft vertraut mir. Arbeiten wir zu. Carryall. Befehl erhalten. Ausbildung. Wir bringen euch hin. Neuausrichtung des Ionen Kanonen Netzwerks in 5 Minuten. Ja. Deckung. Verstanden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Interessant. Dass er dann Aggressionsziel auch ist. Gleichzeitig sofort. Ich höre. Was soll ich jetzt machen? Ziel wählen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in der Sicht. Gebäude besetzt. Initialisiere Video Abblick. Legion. Die GDI ist uns technisch ab jetzt nicht mehr überlegen. Die Bruderschaft stellt dir in der Forschungsabteilung ein Arsenal neuer Waffen zur Verfügung. Du bist die Faust des Propheten. Friede durch Macht. Mission erfolgreich. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Gut. Dann war es das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst uns einen Like da. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio. Armee. Armee. Okay. Also. Bye. 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 Bye.